Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Wir fangen etwas an derTube. Für alle was dabei... General, unsere Basis wird angegriffen! Ich schieße auf alles! Alles geprüfte US-Qualität. Neue Rohstoffe unterwegs. Wer hat das angeordnet? Sie greifen unsere Basis an. Die Flüter sind unterwegs. Was gibt's zu tun? Anschneiden. Anschneiden. Spezialeinheit bereit. Einheit verloren. Zeigen wir's dem Kern. Wir sind die Besten. US-Panzerdivision. Wer braucht Hilfe? Es geht um Leben und Tod. US-Panzerdivision. Will jemand mit? Oh ja! US-Panzerdivision. Wow! Er ist immer bereit, Junge. Ich will was in die Luft sprengen. Mein Raketenwerfer ist bereit. Spezialeinheit bereit. Mein Raketenwerfer ist bereit. US-Panzerdivision. Mein Raketenwerfer ist bereit. Sichern und besetzen. Panzerabteilung bereit. Spezialeinheit bereit. US-Panzerdivision. Los geht's! Bring ins Gebäude ein. Dieses Nachschublage ist leer. Crusader-Panzer bereit. Anschneiden. Rücken vor. Will jemand mit? Ich habe die Ware. Versorgung unterwegs. Vorräte sind unterwegs. Ich bin im Zeitplan. Neue Rohstoffe unterwegs. Für alle, was dabei. Hilfsgüter sind unterwegs. Alles klar. Neue Rohstoffe unterwegs. Panzerabteilung bereit. Wir sind unterwegs. Einsatzbereit. Suchen und zerstört. Hier ist das verbessen. Einheit verloren. Nehmen wir los. Will jemand mit? Wo? Jawohl, Stein. Wir sind die Besten. Nehme Gebäude ein. Ja, wir werden auf Handzei in die Luft. Ich will was in die Luft sprengen. Von hier drin sehen wir alles. Soll ich vorausgehen? Jemand zu Hause? Ich bin der neue Eigentümer. Zeigen wir es den Kerl. Zu Befehl. Hier ist Platz für Fett. Oh ja. Oh. Attacke. Geweude erobert, Sir. Was sagt ihr dazu? Panzerabteilung bereit. Will jemand mit? Es geht los! US-Panzerdivision. Mein Raketenwerfer ist verlauert. US-Panzerdivision. Mein Raketenwerfer ist verlauert. Immer bereit. Dring ins Gebäude ein. Einheit verloren. Nehme Gebäude ein. Nein. Mein Raketenwerfer ist bereit. Ich schieße auf alles. Mein Raketenwerfer ist bereit. Wie wäre es mit einer Raketevision? Ich schieße auf alles. Ich will was in die Luft sprengen. Mein Raketenwerfer ist bereit. Mein Raketenwerfer ist bereit. Wie wär's mit einer Rakete? Ich schieße auf alles. Wie wär's mit einer Rakete? Ich schieße auf alles. Donnweng. Hier ist Platz für fünf. Legen wir los. Wie wär's mit einer Rakete? Schon weg. Wir unter Schwerung beschutzten. Aurematt der Ton auf. Sie ist vor! Wir sind hier in der Rakete. Wie wär's mit einer Rakete? Ich schieße auf alles. Wer ist mit einer Rakete? Lieber mit? Einhäig verloren. Jawohl so. Ich habe ihn verhandelt. Wir haben jetzt nicht einheres. Hier. Jetzt ist der Karte. Einhäig verloren. Das werden wir nicht merken. Ich habe die Gefahr gemacht. Ich wäre auf diese Fohle gekommen. Ich breche auf. Will jemand mit? Wir werden mit der Bucke. Alles klar. Vorsicht vor diesen Buggys. Ja, wir haben die vierten Juni. Feuer! Einheit verloren. Besorgen Sie mir ein Fahrzeug. Jetzt jagen wir ein paar Panzer in die Luft. Pilot der BUSR. Schwerer Panzer, alles klar. Zeigen wir es den Kerl. Nähern uns neuer Position. Einheit verloren. Die Werft mit der Raketen? Anschnallen! Ihre Befehle, Sir. Einheit verloren. Ich schiefe auf alles. Ihre Befehle, Sir. Einheit verloren. Us-Panzer-Division. Hier ist Platz für fünf. Oh ja! Jawohl, Sir. Wir sind unser Weg. Einheit verloren. Legen wir los! Einheit verloren. Die GBA-Einheit neu qualitiert. Alle Einheiten... ... beim den ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020